So, liebe Mitarbeiter, in diesem Video geht es darum, was passiert mit den Spänen, die in der Tischlerei anfallen. Was machen wir damit? Dies ist der Spänehaufen, der über das Jahr entstanden ist. Wir befördern mit dem Gabelstapler, mit der Schaufel, nehmen wir die Späne auf. Jetzt befördert der Gabelstapler mit der Schaufel die Späne oben in das Spänesilo rein. ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute.